Videotev Süß dich nahblutig und flieh dich auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dieses Album-Review heute Abend schon drehen kann. Release-Tag für das Album, um das es heute geht, ist nämlich eigentlich erst morgen. Aber ich saß halt bei meiner Süßen und da macht es Ding Dong und dann kam die neue Onkels. Um die Wind es jetzt gehen, Böse Onkels mit dem Album Böse Onkels. Ich habe hier die Deluxe-Edition bekommen, denn auf Amazone konnte man nichts anderes bestellen. Sonst hätte ich mir die Standard-Version gegönnt, obwohl es auch eigentlich ganz interessant ist, das hier mal zu sehen, denn der Preis war jetzt okay. Und für die oder an die, die die Standard-Version haben, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich das vom Booklet vor allem her inhaltlich unterscheidet. Ich werde nämlich gleich hier alles zeigen und dann könnt ihr das ja mal mit eurer Standard-Version, so ihr die dann habt, abgleichen. So, worum geht es? Was ist hier los? Wer sind die Bösen Onkels? Für die, die überhaupt nicht wissen, wo es hier lang geht. Ich werde jetzt hier nicht groß ausufernd, umschweifend über die Hintergründe sprechen. Dafür verlinke ich euch aber mein letztes Onkels-Review zum Vorgänger-Album Memento. Da habe ich ein ziemlich langes Video gemacht, wo ich auch über die Band-Hintergründe und den ganzen Scheißdreck, der da über die Onkels hinweg geschissen wurde, rede in ausführlicher Form. Wenn ihr da meine genaue Meinung zu wissen wollt, ja, dann klickt ihr einfach unten mal auf den Link. Ihr könnt ja so lange das hier pausieren und dann hierher wiederkommen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Ja, so. Ich gebe euch jetzt nur mal so die grundlegenden Infos. Die Bösen Onkels sind eine konstante hier in Deutschland, eine Rockband, deren Stilistik am ehesten zu vergleichen ist oder zu beschreiben ist, in einer Mixtur aus knackigem Hardrock mit Punk-Einflüssen, ja, Ursprung in der Eu-Szene mit heutzutage, wie ich finde, oder auch zwischenzeitlich vor allem, so in der 80er-Phase, finde ich persönlich auch durchaus Heavy-Metal-Elementen hier und dort. So. Und ich kenne die Onkels seit meiner Schulzeit und ich liebe die Onkels seit meiner Schulzeit. Damals war das ja das große rote Tuch aus Gründen. Wie gesagt, wenn ihr da genaueres wissen wollt, schaut das andere Video, da nehme ich dazu Bezug, ja. Und ich bin einer von denen, die halt eben die Onkels mögen und gleichzeitig auch viele andere Bands, die Onkels-Fans jetzt vielleicht nicht unbedingt mögen würden. Ich mag einfach Deutschrock und Onkels machen für mich einfach Deutschrock. Allerdings mit den Besten, wie ich finde. So. Erstmal dazu, die Jungs kommen aus Frankfurt und sind seit 1980, ja, am Start. Erst hießen sie Boyenpest, jetzt heißen sie halt Onkels und, also 80, ja, und irgendwie so war das. Wie gesagt, die ganzen genaueren Sachen findet ihr in dem anderen Video. Da sind auch ein paar nicht ganz korrekte Sachen, die ich da sage, also was die geschichtlichen Sachen angeht, ja. Es ist ein bisschen schwer, das alles im Internet zu recherchieren, das sei denn, man hat das entsprechende Buch im Regal, was ich eben noch nicht habe. Aber dann lest vielleicht unten die Kommentarsektion. Es gab ein paar aufmerksame Zuschauer, die dankenswerterweise da ein bisschen was ergänzt haben, wenn ihr jetzt wirklich jedes exakte Detail wissen wollt. So. Gut. Sie setzen sich zusammen und das ist eben das, was ich eben gerade meinte, naja, die Konstante, ja. Seit Gründungstagen haben wir hier immer noch dieselbe Besetzung am Start, ja. Peter Schurowski am Schlagzeug, Stefan Waltner an der Gitarre, Kevin Russell am Mikro und am Bass haben wir Matthias Röhr. Und diese vier Rätten sind seit Anfang dabei, sind immer noch Freunde und immer noch am Start. Und das finde ich saustark. Es gibt nicht viele Bands, die so lange schon so zusammenhalten, sag ich jetzt mal, in dieser Form. Und das hat die auch geprägt, die Jungs, kann man sagen. Und auch die Musik, das kann ich jetzt sagen, denn ich habe das Album hier gerade gehört. Aber erstmal ein bisschen was zu den Hintergründen, die ich sonst so zu erzählen habe. Ich verfolge die Band natürlich auf Facebook und da gab das dann ja jetzt immer, also das wird jetzt hier ein bisschen anderes Review, denn im Grunde revieue ich dieses Album jetzt zusammen mit den Onkels, wie ich das mache. Ja, die kommen da zur Tür rein. Nein. Die trinken gerade nochmal ein Bier leer und da kommen sie gleich rein. Nein, Blödsinn. Die Jungs haben auf ihrem offiziellen Facebook immer zu jedem Song so ein paar, ja so Liner-Notes veröffentlicht, wo sie einige ihrer, oder nicht einige, wo sie jeden einzelnen Song auch so ein bisschen teilweise, ja manchmal hat das so ein bisschen Review-Form, was sie da so über ihre eigenen Songs sagen. Ja, und das habe ich mir alles brav und fein, lieb und artig über die Tage hinweg notiert und mir hier jetzt zusammengesammelt und werde ich immer, wenn ich die Meinung zu jedem einzelnen Song meinerseits sage, also meine Meinung dazu, vorher verlesen, was die Jungs über den Song sagen. Ja, ich meine, mehr Informationen kann man über die einzelnen Songs wahrscheinlich nicht raushauen. So, jetzt habe ich allerdings auch dort, als dann erstmal einfach nur die Tracklist vorab veröffentlicht wurde von dem neuen Album, gab es denn darunter schon die ersten Kommentare und da musste ich mir schon direkt wieder an den Kopf packen, ja. Mal jetzt mal ganz abgefahren, mal ganz abgesehen von den Standard-Plattitüden wie, oh, die, äh, hier, sie wollten ja schon lange aufhören, jetzt sind sie wieder da und ist ja alles nur Geldmacherei und Kommerz, sie prädigen gegen den Kommerz und sind es selbst, blablabla, das ist eine Rockband, ist doch klar, dass sie Geld verdienen wollen, habt ihr ein Ei am Wandern oder was? Also, gut, davon abgesehen, ja, kam es dann aber auch den, mehrmals, glaube ich sogar, den Kommentar, ja, das, das, also, das ist jetzt das 18. Album, im Grunde ist es das 20., ja, aber es ist das 18. reguläre Studioalbum der Band, es gibt noch zwei Scheiben, die Kneipenterroristen und die Onkels wie wir, glaube ich, war es, die sie dann nochmal im Studio neu aufgenommen haben, einfach nochmal mit neuem, knackigerem Sound, ja. Das zähle ich aber beim Mitzählen jetzt nicht als reguläre Studioalbum, weil es wurden keine neuen Songs dafür geschrieben. Also, 18. Studioalbum regulärer Art, eigentlich Nummer 20 und, ja, eben die Zahl 20 ist eine runde Zahl, da muss man ja was Besonderes machen. So, und dann wurde sich halt darüber markiert, dass das Album ja, in Anführungszeichen, nur 13 Songs hat. Eigentlich nur 12, weil das erste ist nur ein Prolog, ja. Aber reguläre Songs gibt es nur 12, also eigentlich sind es aber 13, kann man sagen, ja. Und das ist ja, das ist ja total untypisch für die Onkels und die haben doch sonst immer über 13 Songs pro Album. So, und ich habe mir mal eine kleine Mühe gemacht und mal gezählt, ja. Es gibt insgesamt, wie gesagt, 18 reguläre Studioalben. Auf 7 Alben davon, ja, 7 gibt es weniger als 12 Songs. Also, 5 Alben mit 12 Songs, 3 Alben gibt es dann mit 13 Songs, zweimal haben sie Album gemacht mit 14 Songs und ein einziges Mal auf der Adios, glaube ich, war es 15 Songs, ja. So, also, kann man, wenn man jetzt zusammenzählt, sagen, 5 Mal hat man die 12 gemacht, ja, aber es wurde ja gesagt, die anderen Alben haben mehr als 13 oder auch mehr als 12 Songs, ja, und weitere 5 Mal gab es über 12 Songs. Aber 7 Mal unter 12 Songs. Aber die Onkels haben ja immer schon Alben mit über 13 Songs gemacht, was für ein Bullshit. Da kann man mal sehen, wie uninformiert einige ihre Scheiße ins Netz kotzen, ja. Also, kannst du dir nicht ausdenken. Gut, okay, gut. Nur da mal am Rande zu. Jetzt zeige ich euch diese Edition hier. Also, das ist das Cover. Auch da gab es lustige Kommentare. Das Cover hier ist jetzt hier in dem Fall, ja, das hieß ja, es ist ein bisschen edler als auf der CD-Version, auf der normalen Version. Das edelste hier ist halt, das ist matt, aber die Schrift, kann man überhaupt sehen, die glänzt halt so ein bisschen. Ja, da sieht man es, ja. Die ist halt so ein bisschen, ja, extra gedruckt. Ja, auch hier am Spine. Und hinten drauf die einzelnen Titel, die man gut lesen kann, auch, wenn man es erkennen kann, ja, jetzt kann man es sehen. Es glänzt halt auch so ein bisschen. Ja, so, gut. Dann kann man das Ganze so aufklappen und nochmal, ah, so aufklappen, ja, okay. Okay, da sieht man hier erst mal ein Band-Foto und hier einfach nichts. Die nur so hier, was ist doch hier, da, Kobels oder so, ne. Und hier halt, ja, die CD selbst, die muss man sich ein bisschen rausbasteln, aber es geht. Also, ich habe schon schlimmere Packungen gehabt, ja. Auch wenn es hier nur in Pappe liegt, das mag ich eigentlich nicht. Ich habe es gerne, wenn hier so eine Kralle ist, ja. Aber naja, darunter ist übrigens nichts, einfach nur schwarze darunter. Hier haben wir noch ein Band-Foto. So, wenn wir hier aufklappen, haben wir hier das Booklet. Ja, und da haben wir, das ist jetzt das, könnt ihr mit eurem dann mal abgleichen, hier so ein bisschen einfach nur, also, da ist die Schriftzug auf rot, dann haben wir hier ein Foto, hier sehr gut lesbar, das konnte ich gut mitlesen, ohne weiteres die Texte hier wieder ein Foto, hier auf der einen Seite ein Foto und dann wieder Lyrics und so weiter. So ist das Ganze gemacht. Ja, sieht gut aus, ist gut gemacht, gute Fotos, guter Fotograf, alles geil, schön detaillierte Fotos und dann haben die auch irgendwie die Bilder von den Jungs. Hier sehen sie halt so richtig schön markig aus, finde ich. Das sind gute Fotos, die gefallen mir gut. Also so ein Eyecatcher, aber wie gesagt, man hat es blendet das hier auch zu Blenden, die Lampe fällt an die eine, ja. So, da haben wir noch was. Ja, und so geht es dann halt das ganze Projekt durch. Bilder oder Lyrics oder Bilder und Lyrics, und hier nochmal so ein bisschen Produktionsnotizen, wer denn so was macht und so, alles. So, ja, gut. Es gibt ja auch drei kleine Gäste, da sagen wir mal den einzelnen Songs noch zu. Ich kann euch heute keine Songs verlinken, es gibt noch keine offiziellen Videos. Vielleicht kommt da noch was, ihr könnt ja öfter mal reinschauen. Sobald ein neues Video kommt, verlinke ich das sofort unter der Infobox. Das mache ich übrigens auch nachträglich bei alten Reviews. Also wenn ich jetzt ein Review drehe von irgendeinem Metal-Album, ja, und irgendwie Monats später haut die von, haut die Band von diesem Album, das ich schon reviewt habe, nachträglich noch ein Video raus von einem Nessance. Nachdem ich das Ding schon lange besprochen habe und überhaupt nicht erzählt habe, dass es da ein Video gibt, klatsche ich das trotzdem, nachträglich den Link unten in die Infobox. Das mache ich immer. Also wenn es mir auffällt natürlich, das werde ich dann auch hier tun. Also wenn es jetzt aktuell, zu diesem Zeitpunkt, gibt es hierzu noch kein Video und auch kein Review. Ich habe keine, ich mache es sehr, ganz gerne, wenn ich Rezension mache, dass ich nebenher schon mal von anderen Leuten so ein bisschen die Stimmen einfange und die Rezension anderer Leute so lese, um dann mal eine andere Meinung zu hören vielleicht, die man dann vielleicht auch ein bisschen mit der eigenen Meinung reflektieren kann. Da gab es nichts, nicht mal Amazon-Rezensionen. Aber naja, gut. So, gut, wie gesagt, kurz zum Cover. Da wurde sich ja drüber aufgeregt. Alter, die einen, ja, die einen sagen dann, ich überventiliere. Wie kann man denn einfach nur so ein schlechtes Cover raufknatschen? Einfach nur ein Foto. Ich gehe jetzt nicht her und zähle jetzt noch mal die ganzen Album-Cover von den Onkels, auf denen sie als Foto zu sehen sind. Ja, das ist bestimmt die Hälfte. Also es ist jetzt grob geschätzt, muss ich gestehen. Aber mir fallen mindestens, vier Stück ein. Einmal, wo sie als Jungs drauf sind. Ich weiß nicht, ob ihr das Album auf dem Kopf reißt. Naja, dann die Onkels wie wir, glaube ich, hat ein Band-Foto von da drauf. Die, hier, sag schnell, die Dopamin, auch wenn das so einen komischen GTA-Zeichen-Style hat. Die hier Heilige Lieder, da sind sie ja in Kirchenrom. Ach, was weiß ich noch was. Ja, das ist das erste Mal, ich so was mache. Und dann, hör, wollte ich jetzt die Hipster sein, wegen den Fingerzeichen. Ja, so, und dann hieß das, was hieß denn hier Victory? Seit wann sind die Onkels denn Victory? Das hier ist das Zeichen für Victory. Ja, und wenn ihr mal kurz ein bisschen auch die Mühe macht und googelt, es gibt Länder, in denen ist dieses Zeichen, das hier gemacht wird, ja, steckt ihr zwei Finger in den Arsch, die blöde Sau. Vielleicht betrachtet ihr dieses Cover-Artbook jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Und außerdem, was hast du mit der Pommesgabel? Die geht immer klar, okay? Also, diese Nörgler immer, ey. Es gibt Menschen da draußen, die müssen einfach über jede Scheiße nörgeln. Außerdem finde ich, das Album kann man sogar passen zu diesem Werk, denn genauso kernig gealtert wie die Jungs hier, wie man hier sieht, ja, ist auch der Sound der Band. Das komme ich nämlich jetzt. Ich nehme hier jetzt die einzelnen Songs vor. Als erstes beginnt das Ganze mit, ja, als erstes natürlich beginnt es das erstes, mit dem Beginn noch, mit dem Prolog, so heißt es einfach, und das ist eben auch das erwähnte Intro, dass man jetzt nicht als vollwertigen Song zählen kann daher, ja. Zum Prolog schreibt P. Schorowski, Danke, Ben, ist uns eine große Ehre, denn man kann, kann man nicht anders sagen, viele Parallelen, gleicher Jahrgang, Hut ab vor seiner Kunst als Redner, Schauspieler und seinem teilweise holprigen Lebensweg, seinem scharfen Geist und lockerer Art. Und seiner Lock im Rad, so, ja. Wer ist gemeint? Ben Becker, denn Ben Becker spricht dieses Intro ein, das macht er sehr gut. Ich muss allerdings dazugestehen, ich habe mit Ben Becker endlich viel Berührung und hätte ich es jetzt nicht gewusst, hätte ich es auch nicht erkannt, ja. Er klingt halt wirklich wie ein magiger, eigentlich klingt er sogar wie ein magiger alter Mann. Wenn er Englisch sprechen würde, konnte er auch für Menlo was ansprechen oder so. Aber egal, so. Dann geht's los mit dem, also zu dieser Erzählung, die er da am Anfang so ein bisschen über die Onkels erzählt, wenn man so will, ja. Hört man so ein bisschen Gitarre im Hintergrund und diese Melodie, die da so seicht im Hintergrund plänkelt, ist das Hauptriff des ersten offiziellen Songs mit dem Titel Kuchen und Bier. Nein, es hat nichts mit einem schlechten YouTuber zu tun. Stefan Weidner sagt zu dem Song 40 Jahre Onkels, nie hätten wir es für möglich gehalten, dass so viel Leben in dieses Zeitfenster passt. Wir waren Meister im Keine-Töle-Treffen, Heiser-Sein und im Kräftemessen. 14.600 Tage, keine Zeit für Bodenhaftung, da darf man auch mal über sich selbst lachen. P. Schorowski sagt dazu, idealer Opener, ein klassischer Onkels-Song, ich freue mich auf die Tour, Feierlaune. Während ich zu dem Song jetzt sage, ja, das Ganze beginnt halt, hat einen stampfenden Einstieg, also erstmal dieses Riff, was man auch schon im Hintergrund beim Prolog hört und dann so einzelne Buh, Buh, vielleicht kommt man jetzt für nur irgendeine Eile. Dann ging es aber los mit dem Hauptsong, mit dem Hauptriff, es geht dann halt rockig, schnell rein, ein klassisches Onkels-Riff, würde ich sagen, der moderneren Zeit, denn die Band ist halt zu einer richtigen Rockband gereift und du hörst einfach auch am Sound und an der Spielweise, dass die Jungs, ja, die sind eben nicht mehr die Oipunker von früher, die auf der Bühne stehen und Bobberpilot brüllen und irgendwie hier von Glas zu Glas wird's hier mal schön da oder irgendwie sowas, sondern wo wirklich mal ein bisschen mehr der Anspruch gerockt wird und das finde ich auch völlig okay und sogar gut so. Ja, also mir gefällt, was ich hier höre, auf gut Deutsch. Ja, so, Kevin Stimme klingt auch immer noch ass rein, finde ich und ich finde, er klingt hier sogar ein bisschen besser als auf dem letzten Album, meine Süße hatte im Auto ein bisschen Schwierigkeiten, die Texte teilweise zu verstehen auf dem Memento. Ich bin mir ziemlich sicher, hier hat sie keine Probleme. Die Artikulation ist hier auch viel klarer, finde ich und also das Lied aber, ist es aber glaube ich auch der trockenen und dennoch druckvollen Produktion geschuldet, bin ich mir ziemlich sicher. Gut, wir haben einen strofenartigen Refrain, insgesamt ein, wie gesagt, erwachsenerer Onkelstitel und nach dem zweiten Refrain gibt es dann eine stampfende Bridge, ja, so mit einer Extrastrophe dabei und dem folgt dann ein sehr starkes Gitarren-Solo. Obwohl ich ein bisschen wehmütig, ich vermisse halt unseren alten Gitarristen, der spielt, der ist nämlich sehr beeinflusst von den Onkels, ja, was ein Solospiel vor allem betrifft. Ja, also mit Kuchen und Bier haben wir einen guten Einstieg. So, hinter dem Titel Kuchen und Bier verbirgt sich offenbar noch ein bisschen mehr, das wurde aber nur revealed in einem Metal Hammer Review, ja, und ich kaufe mir keine Mode, keine Modezeitschriften, kleiner Front, nein, ich lese halt den Metal Hammer, ich kaufe mir keine Seitschriften mehr, ich hole meine Infos mir aus dem Netz, von den Bands selbst auf Facebook oder so. Ist mir lieber, als da jetzt Kohle für auszugeben. Aber gut, Stück 3, oder Song 2, wie man es dann auch sehen will, ist Des Bruders Hüter. Hierzu sagt P, der Text spricht für sich, könnte auch auf der Dopamin sein, welche ich gut finde, ich übrigens auch. Stefan schreibt, in Freundschaften gibt es keine Psychodiskussionen und keine Rechtfertigung, Hosen runter und ein offenes Gespräch. Freundschaften sind trotzdem nicht immer einfach, aber man ist füreinander da, steht sich mit Rat und Tat zur Seite, der Starke hilft dem Schwachen, den Schmerz zu schultern und bringt ihn heim, wenn er betrunken ist. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also, das Ganze beginnt mit einem knochentrockenen Haupt-Riff, äh, Haupt-Intro-Riff, ja, dann gibt es wuchtige Mit-Tempo-Drums, die dann dieses Riff aufnehmen und es wird dann auch ein bisschen satter vom Sound, die Gitarre. Die Strophen sind schön gemacht und ebenfalls gelungen, ja, ähnlich, äh, nicht schön wie der strofenartige Refrain, der mir auch gut gefallen hat. Vor allem mag ich hier die Textzeile, es gibt keinen Lehrer, außer den Feind. Das sind so die Textzeilen, die irgendwie, die anderen Deutschrockbands nicht so richtig geschissen kriegen, oder? Und das ist eigentlich so simpel, aber da ist so viel Aussage drin, ich finde, die Textzeile habe ich eben beim Lesen, Alter, wie geil ist das denn? Na gut, so, dann nach dem zweiten Refrain folgt eine ruhigere Bridge mit kleineren, so, Solo-Einlagen, bevor es dann wieder rockend, groovig weitergeht mit passend melodischem Haupt-Solo, also noch ein weiteres Solo, das dann, naja, das Haupt-Solo, das eigentliche Solo, wenn man so will, ja, das Stück endet dann mit dem Refrain. Dann kommen wir zu Stück Nummer 4, ein Hoch auf die Toten, so, ähm, da sagt P. Schorowski zu, Dia de Muertos, sollte es auch, sollte es so auch in Deutschland geben. Ihr Geist stirbt nicht. Ähm, sie weiter zu leben macht, äh, zu lieben macht Sinn. Der Tod ist eine natürliche Angelegenheit. Wir gehen nur dahin, wo wir hergekommen sind. Das finde ich immer ein bisschen schade, denn ich erinnere mich nicht, wo ich hergekommen bin. Dann will ich mich auch nicht erinnern, wo ich dann bin, wenn ich tot bin. Das ist doch scheiße. Ach gut, mal gucken. So, äh, Stefan Weidner sagt, ähm, ihr wisst ja, wie das ist. Im Rückblick hängt der Himmel voll Rosen, rings um uns herum tanzen die Toten. Ihr Leben, äh, wollen wir ehren und feiern. Nur, nee, keinen, nur die besten sterben Jungen zwei, sondern die sinnstiftende Suche und das Fragen nach dem Danach, also nach dem Tod, ja. Ja, das Ganze beginnt mit einem schönen, melodischen Intro-Riff erstmal. Und dann geht's rüber, ein rockiges Mittempo, das Riff hält sich, vom Intro, ja. Äh, in den Strophen gibt es dann eher so gezupfte Gitarren-Riffs, ein bisschen natürlich den Strophen angepasst, klar, ne. Wir haben einen schönen, längeren Refrain, diesmal ein bisschen weniger eingängig, aber ich denke mal, es wird dann wieder einer von diesen Grower sein. Diese Scheibe wird natürlich bei mir erstmal rotieren, die kommt auch ins Auto, nicht das Original, ich werde sie natürlich als Rolling, äh, äh, ins Auto knallen, äh, und dann kann die dann zerschreddern und dann mache ich neuen Rolling, keine Ahnung, ja. Das wird nicht geschunden, wie im Auto das Ding ist, ist irgendwo klar. Ähm, gut, es gibt einen schönen, äh, ja, eine schöne Bridge, wieder nach dem zweiten Refrain, hier, bei dieser Bridge, dominiert er vom coolen Drumgroove, in diesem Fall, äh, und gefolgt von einem erneut gut gemachten Solo, also auch wieder, ja, ein sehr geiles Stück, der Refrain, da müssen wir halt mal gucken, wie sich der noch so festsetzt, so, dieser Mitsing-Effekt, sag ich jetzt mal, ne, gucken wir da mal. Dann kommen wir zu Stück Nummer 5, Prada, ich glaube, ich habe das richtig gesagt, Pravda, mein Vater würde sagen, Pravda, ja, äh, P schreibt dazu, Kult war der Arbeitstitel, also Kult in Englisch geschrieben, ja, The Cult war eine unserer Lieblingsbands, mit Halbwahrheiten wird ausgiebig Politik betrieben und als Tool immer gerne eingesetzt, in allen Lebenslagen, oft fatal. So, Stefan schreibt dazu, äh, oder sagt dazu, Russisch für Wahrheit, also Pravda, Pravda, wie auch immer, Pravda, wie sagt man das, keine Ahnung, Russisch für Wahrheit und genau um jene geht es, der Song ist keine Presseschelte, aber eine Zeitung, die Lügen verbreitet und sich Prada nennt oder Pravda oder wie auch immer, dient als Namensgeber. Das meiste, äh, was wir als wirkliches Wissen betrachten, ist nichts als ein Gewebe von Meinungen, Theorien und Schwärmereien, aber ohne wirkliche Erkenntnis der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in der Fantasie und in Träumen und in Meinungen, sondern in sich selbst zu finden ist. Und wie sagte schon Goethe, was man nicht weiß, das eben brauchte man. Und was man weiß, kann man nicht brauchen. So, ähm, Gonzo sagt dann zu dem Song noch, Wes Brot ich ess, des Leid ich sing, wer kann wem noch glauben, wenn alles, was wahr sein kann, auch gleichzeitig gelogen ist. Die Antwort liegt in dir, schöner, groovender, harter Rocker, der so auch auf ein böses Märchen Platz gehabt hätte. Gefällt mir außerordentlich gut, schreibt er zu seinem eigenen Song. Das ist schön. Die eigenen Songs sollten einem auch schon immer möglichst gefallen, finde ich. Aber gut. Also tatsächlich beginnt der Song wirklich mit einem Riff, das mich sehr stark an The Cult erinnert. Ich liebe The Cult nämlich auch. Mein erstes Lieblingsalbum, mein erstes Album in der Band war Passion Temple. Und da würde das fast draufpassen, das Riff. So geil ist das. Ja, mein Lieblingsalbum, mein erstes Album von Cult ist Passion Temple und ich hab sie bis heute nicht im Regal, ich Arschloch. Nee. Ich hab nur die Ceremony und diese komische andere Rote da. Ich weiß den Namen gar nicht. Egal. Ähm. So, der Groove, der dann einsetzt, passt auch in die Richtung. Ja, The Cult. Die Strophen haben dann allerdings ein bisschen Hardrock-lästigere, also klassische Hardrock-lästigere Riffs. Passt aber auch, denn auch das setzen Cult öfter mal ein. Der Refrain allerdings, das ist mein größtes Problem bei dem Song, der ist nämlich ein bisschen sperriger als bei den anderen Songs bisher. Viel Text, da muss man erst lernen und so wirklich eine eingängige Melodie war das jetzt auch nicht so unbedingt. Das ruhige Bridge vor einem knackigen Gitarren-Solo-Konzept, das wird hier auch konsequent fortgesetzt und somit ist es eigentlich eine schöne Nummer, dank der spürbaren The Cult-Einflüsse. Allerdings, wie gesagt, kein wirklicher O-Wurm. Aber vielleicht wächst das ja noch bei mehrmaligem Hören. So, dann kommen wir zu Stück Nummer 6. Saufen ist wie weinen. Dazu sagt P. Einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Geht ab, schön asslich und melodisch punkig. Kevin sagt dazu, na das passt ja, vom Saufen kann ich ein Lied singen und das hier trifft den Nagel auf den schmerzenden Kopf. Aber am gewissen Pegel neigt man dazu, sich über jedes Maß hinaus in die eigene Tasche zu lügen. Ein kleines Bier, ein Gläschen Sekt, ich krieg das hin, ich steck das weg. Wenn das jemand sagen kann, dann bin ich, achso, dann bin das wohl ich und mein früheres Verständnis von K.O. Saufen. Der beste Kater ist trotzdem scheiße. Ja, das stimmt wohl. Ja, und Gonson schreibt Brett, musikalisch irgendwo zwischen Punk, Stoner und Desert Rock. Die ganz sorglosen Sauflieder haben bei uns ausgedient. Erinnert mich thematisch an Es ist, wie es ist. Und Stefan schreibt dazu, machen wir uns nichts vor, du marinierst nicht dein Leben lang dein Gehirn in Alkohol und harten Drogen, ohne dass dir ein paar Drähte durchschmoren. Alkohol ohne Maß und ohne Sinn kann irgendwann traurig werden. Das Bier schmeckt dann schalt, der Alk führt als Flucht zu wenig weit und er wird zum Betäuben zu schwach. Du kannst das eigene jammern und die gut gemeinten Ratschläge nicht mehr hören und wünsch dir nur noch, dass die ganze Welt inklusive der Stimme im Kopf die Fresse hält. Wir stehen aber immer wieder selbst viel zu nah am Abgrund, um irgendwen zu retten. So, also, der Stimme beginnt erst mal mit einem sanften Basslauf, dazu kommt dann so eine gechillt, bluesige Gitarre, dieser erwähnte Desert Rock vermutlich, Einfluss. Dann aber kommt das schlichte, punkige Rockriff dazu, dazu treibende Drums und ein typisches Deutschrock-Lied-Riff, würde ich in dem Fall sagen. Diesmal haben wir einen sehr eingängigen Refrain, der auch wirklich gut passt, da kannst du auch schon beim ersten Mal mitsingen fast. Und das fetzige Solo, das kommt diesmal auch ohne Bridge daher. Also ohne, dass da vorher noch rumgeplänkelt wird irgendwie. Obwohl ich das ja eigentlich mag, solche Bridges. Ich stehe da ja drauf. Aber gut. Also insgesamt ist das Stück ein schöner, partytauglicher Rocker. Wird übrigens auch noch auf Partytauglichkeit geprüft, die Scheibe. Ich nehme sie dann wie Samstag mit zu meinem Bruder. Allerdings auch eine Kopie. Weil, wie gesagt, ich will die Schützen, oder ich nehme Stick mit mit MP3s. Das ist das Einfachste. So. Gut, dann kommen wir zu Stück Nummer 7. Wie aus der Sage. Ach wohl, vielleicht hat er sie ja auch da. Vielleicht hat er sie auch gekauft. Ich muss ja nochmal anrufen. Nee, er ist ein bisschen spät zum Anrufen. Ich gucke ihn morgen mal an. Vielleicht hat er ja. Dann brauche ich ja gar nicht mitschleppen. Wie aus der Sage. Da schreibt P. Richtig fetter Song. Der Text ist motivierend, dramatisch, episch, hymnisch, irgendwie monumental. Kevin sagt dazu, geiles Ding, der totale epochale Vorschlaghammer. P. hat den Text geschrieben, und sich damit ein kleines Denkmal verschafft. Ich glaube, er hat dabei auch an mich gedacht. Jetzt in Anführungszeichen. Gegen die geisttrüben Leidenschaften. Und wieder in Anführungszeichen. Kämpfen macht dich stark, nicht das Gewinnen. Epischer geht's ja wohl nicht mehr. Die Niederlage einstecken und mit richtiger Power wieder aufstehen. Geile Aussage. Ein Onkelsong, Par excellence. Vom Gesang, Text und vom instrumentalen Teil. Kann ich unterstreichen, denn ich habe das ja auch gut durchgemacht. Also hier Niederlage einstecken und dann wieder aufstehen. Ich sage nur Querschnittslähmung und wieder schreiben, essen, scheißen, pissen und laufen lernen. Habe ich aber jetzt hinter mir. Unglaublich vielfältiges, komplexes Stück, sagt Gonzo. Die Streicher hat man so ein Vincent, also, ja, Vincentröhr, arrangiert. Der Text stammt aus P.s Feder. Kevins Gesang ist magisch. Wie aus der Sage fühlt sich größer als das Leben an. So, was sage ich dann zu dem Song? Achso, Stefan sagt noch was. Moment, die Jungs sind aber gar nicht fertig hier. Stefan sagt, in unserem Leben und besonders in Kevins kollidieren immer mal wieder zwei Lebensfluchten. Die eine auf dem Weg in die Verdammnis, die andere aus ihr heraus. Mehrfach hat er dem Tod die Schaufel aus den Händen gerissen und sein Ende überlebt. Was ja auch stimmt. Eine Schlange muss sich häuten, um wachsen zu können. Genauso muss dein Geist Vergangenes verarbeiten und sich reinigen, bevor er weiter wachsen kann. P.s zweiter kompletter Text für die Onkels. Wie ist das hier? So, das Ganze beginnt mit gezupften Akustikriffs. Dazu halbakustische Gitarre im Hintergrund so ein bisschen. Dann steigert sich das Ganze so leicht rein und wird dann zu einer leicht hymnischen und stampfenden Rocknummer mit dramatischer Atmosphäre. Also es stimmt schon, was die Jungs über den Song so sagen. Wirklich eine leichte Epik, auch in der Art, wie die Strophen vorgetragen werden, finde ich, ist da vorhanden. Und der Song hat auch einen sehr starken Refrain, den man auch gern mitsingen lernt. Ich muss ihn eigentlich noch lernen. Längere Strophenartige Refrain, das muss ich immer fünf, sechs Mal hören, wenn ich den wirklich drauf habe. Aber richtig gut wird bestimmt ein kommender Klassiker, den man gerne mitsingen, kann ich mir gut vorstellen. Ähnlich wie bei... Es gibt so viele Solsfolgerungen. Ich will jetzt keine Beispiele, das ist dauernd. Es prängt ja sonst den Rahmen hier. Also im zweiten Refrain folgt ein hymnisches Gitarrensolo und dann noch zweimal der Refrain. Und jetzt steigt dann auch das Tempo ein bisschen und es gibt ein weiteres Solo und nochmal den Refrain ganz am Ende. Also ich finde, das ist eine richtig tolle Hymne und bei mir persönlich ist das auch das persönliche Album-Highlight. Für mich ist das hier der geilste Song auf dem neuen Album. Jedenfalls spontan gesagt. Ich habe natürlich noch nicht den Grower-Effekt bedacht an der Stelle. Ich habe es einmal, jetzt gehört das Album. So, dann können wir zusammengeschrieben. Zusammelacht, ich würde sagen, zu Stück gemacht, du hasst mich, ich mag das. Okay, ich muss sagen, der ist auch geil. Okay, also die Jungs sagen, also Stefan sagt erstmal, weil nicht alle von der guten Suppe essen können, spuckt man sich gegenseitig rein. Der Neid und der Klassenhass nährt eine echte Proletariat... Und wir haben vergessen, Freunde zu sein. Ein Pamphlet für mehr Empathie. So, P sagt, noch einer meiner Favoriten. Schön punkig. Und Kevin sagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Live gut knallt. Typisch wütender Onkels-Song. Wir alle hier. In einer Reihe mit Keine Amnestie für MTV und anderen auf die Fresse brettern. Ist sicher auch dem Internet und unseren Benehmen dort geschuldet, diesen asozialen Hetzwerken. Und genau darum geht es auch textlich. Gonzo sagt dazu noch, Led Zeppelin, 70er Jahre, Hardrock, Punk und das alles zusammengeonkelt, kulminiert in einem feisten Pogo Abgehrefra. Und genau das trifft uns auf den Punkt. Der Song geht direkt los, knallt direkt rein, rotzig, punkig und rockig, ja, in den Strophen ist das Ganze dann ein wenig, ein bisschen weniger Gitarrenlastig, sag ich mal. Und dann kommt der strofenartigere Refrain und der wird sich mit Sicherheit bei mehrmaligen Hörern sowas von festsetzen im Ohr. Ja, da freue ich mich schon drauf. Kann ich nicht anders sagen. Mittig gibt es dann eine groovige Mid-Tempo-Passage mit einer passenden Strophe und wirklich leichtem Led Zeppelin-Gimmick. Da ist nämlich dieses Whole'n A Love ist es glaube ich. Das ist ja so ein bisschen eingeflochten, so ein bisschen nachgemacht, ja. Du musst dich ein bisschen schmunzeln. Das ist gut. Ich mag sowas. So ein bisschen eine Verneigung vor den alten Rockgöttern, da kann man nochmal machen, ne. So, dann gibt es ein melodisches, leicht psychedelisch gemachtes Solo, fand ich ebenfalls. Also ich empfand das so und dann geht es wieder zurück in der Refrain bis zum Ende und inklusive Oh-Wow-Wow-Gesang auch noch oben drauf. Also, auch wieder absolut geiler Song. Das Album wird immer besser, je länger es läuft, finde ich. Also, so wirkt es auf mich. Da kommen wir zu Stück Nummer 9, der heißt einfach Rennt. Also, los, läuft jetzt hier. Rennt. Ja, P schreibt dazu, ja, richtig gut, verdammt rockig, guter, sozialkritischer Text, fetter Song. Kevin schreibt dazu, oder sagt dazu, musikalisches und textliches Armageddon, ein Meisterwerk aus Stephans Feder. Habe ich mehrfach eingesungen, um die perfekte Tonlage zu treffen, die dem Song diese Düsternis und dieses Dämonische verleiht. Jetzt passt alles. Die Sicht des Bösen, des Teufels, des Diabolischen, das eigentlich alles wir sind. Der Geist ist kein. Dreht schön laut, aber erschreckt euch nicht vor mir. Na gut, ich fand aber auf dem letzten Album, ich weiß gar nicht, wie der Song hieß, da war auch irgendwas mit Dämonisch und Böse. Da klang Kevin noch ein bisschen bösartiger, fand ich. Das war auch so, das war dieser dummige, langsame Stampfer. Wie hieß denn das Ding nochmal, verdammt? Wieso kommt der jetzt nicht drauf? Ich müsste das Album jetzt in die Hand nehmen, dann wüsste ich es wieder. Gut, aber da fand ich ihn noch ein bisschen böser als jetzt hier in Rent, muss ich dazu sagen, ja. So, Gott sei Dank zu dem Album, äh, zu dem Album, zu dem Song. Du ist ja gallig, gefährlich. Das finsterste Stück des Albums, aber auch ein richtig guter und wichtiger sozialkritischer Song. Die Gitarren, Bässe, Drums und Kevins Organ ergeben ein infernales Abbild dessen, was wir wohl Hölle nennen würden. Ja, und Stefan schreibt noch, dies ist die Geschichte der Zerstörung. Wir erleben keinen nuklearen Winter, aber den Herbst unserer eigenen Überheblichkeit. Das Ende, das wir fürchten, kommt immer näher. Ich habe jeden Morgen ein bisschen mehr das Gefühl, Zeitzeuge bei der Verwesung der Welt zu sein. So, das Ganze beginnt mit verspielteren Riffs im Intro und mit etwas vertrackteren Rhythmus, ja, so ein bisschen dabei. In den Strophen erneut ein bisschen gitarrenlastiger, äh, weniger gitarrenlastiger, wollte ich sagen. Ein bisschen weniger, dass er jetzt die Rockgitarre dominiert in den Strophen. Was allerdings auch Kevins Stimme wiederum ein bisschen mehr hervorhebt, ja. Und das passt natürlich dazu. Der Refrain passt auch gut, soweit, zur Stimmung des etwas tatsächlich düsteren Songs. Und im zweiten Refrain folgt dann auch ein, ja, ein sehr gelungenes Gitarrensolo, finde ich. Dann gibt es bis Ende wieder den Refrain und das ist ihm vorbei. Boah, fand ich aber auch ein sehr gutes Stück. Dann kommen wir zu Stück Nummer 10. Wer schön sein will, muss lachen. Den fand ich wieder sehr stark. Den Song P sagt dazu, ein großer Cognac-Schwenker bis zum Refrain und wieder danach. Befüllt mit feinstem, teuren, rockt eine Bilanz im Spätsommer der Lebensuhr. Boah, Kevin sagt, dieser Körper ist kein Tempel, das ist eine Textzeile oder eine Refrainzeile, sagt alles. Ich habe sicher genug Müll zum Rausbringen angesammelt und recycelt wird leider nicht. Wir sind nicht mehr die Jüngsten, aber innen drin immer noch die Geilsten. Genauso wie das Lied ist, fühlen wir uns. Trotz aller Narben ist die Grundierung erste Sahne. Und auch das ist wieder so eine Textzeile, mehr oder weniger. Konzo sagt dazu, das Älterwerden Augenzweckern zu verpacken kann peinlich sein, ist es aber bei den Onkels, ist es bei den Onkels aber nicht. Und da kann ich auch nur zustimmen. Der Text ist sehr gelungen, fand ich. Also da ist jetzt nichts Peinliches. Nach so viel Leben, in so vielen Jahren, darf ein kurzer Blick auf die eigene Sorgenfalten erlaubt sein. Vor allem, wenn die so schön nach vorne gehen und so eingängig sind wie der Song hier. Aua. Also das Ganze beginnt balladesk, allerdings Onkels-Balladen-Style. Also irgendwie ist das schon so ein bisschen mit Drums und mit Tempo, aber eben balladesk gespielt. Wisst ihr, wie ich das meine? Nein? Hört mir Onkels. So, in den Strophen hält sich das dann auch so und das Ganze ist halt so eine Mid-Tempo-Hype-Ballade, wie erwähnt. Im Refrain allerdings, da wird die Nummer dann zum schönen Rockstampfer mit einem schönen Riff und eine härtere Gitarre dabei. Und der Refrain selbst ist strophenartig, hat aber eine starke Melodie und ist dann sicher auch wieder so ein Grower. Also ihr wirst schon Text lernen. Du musst den Text auch nicht mit dem Booklet lernen. Also das ist ja alles so gut verständlich, dass du ihn einfach tausendmal hören musst, dann singst du das automatisch mit, weil irgendwann brennt sich das einfach ein. Das ist einfach Passants eben so. So. Gut. Der Text übers Altwerden und dennoch bleiben, wer man ist, kommt auch wirklich geil, finde ich. Ist sehr gelungen, finde ich. Mittig gibt es eine Bridge mit sackhartem Riff, kurz, gefolgt von einem ruhigeren Solo-Part. Also wieder eine starke Nummer, ganz klar. Dann kommen wir zum Stück Nummer 11, der Hund, den keiner will. Das war jetzt mal ein bisschen was anderes. Jetzt wird es ein bisschen experimentell, kann man fast schon sagen. P schreibt hierzu, einer der wenigen Reggae-Parts in unserer Laufbahn. War interessanterweise der erste Song in unserer Kompositionsphase zu viert. Kevin schreibt dazu, eines meiner kleinen Secret-Highlights, mindestens unter meinem Top 3, der ganzen Scheibe. Reggae mit schwere Rockflair und Attitude. Es ist wirklich auch textlich wieder so geil. Underdogs, die keiner beachtet. Mit so wenig Worten, so viel ausgedrückt. Ein Ohrwurm, der dir tagelang nicht aus dem Kopf gehen wird. Und Gonzo schreibt dazu, ein super Song, von dem ich nicht genug bekomme. Reggae-Mann, wer hätte uns das bitte zugetraut? Dabei ist das gar nicht so abwegig. Verirren wir uns beim Jammern doch häufiger in diese Gefilde. Und Stefan schreibt dazu, für alle die zurückgelassenen, die schüchternden, abgehängten, sorgenvollen. Für die, die einsam sind und sich verlassen fühlen. Wir sind bei euch. So, und das Ganze beginnt dann erneut balladesk. Mit dem Einstieg erstmal so, akustische Riffs. Und dann kommt der erwähnte Reggae-Einschlag. Allerdings finde ich ihn hier nicht so aufgesetzt, wie andere das umsetzen. Mit diesem, auch instrumentalisch, diese Reggae-Instrumente, die dazugehören. Die werden jetzt hier, es ist einfach nur stilistisch im Reggae-Stil umgesetzt. Und hat dazu übrigens dann auch eine schöne, bluesige Gitarre, die das Ganze natürlich rockiger macht dann. Und in den Strophen gibt es dann ein bisschen weniger Gitarren wieder. Der Song hat dann auch wirklich einen schönen Refrain mit einem leichten O-Wurm-Faktor und rockigeren, härteren Riffs dabei. Und das setzt sich auch gut fest, das Ding bin ich mir sicher. Den wird man auch bald gut mitsingen können. Auch das Solo, das dem Stil dann angemessen ist, fehlt natürlich nicht, klar. Und damit haben wir wieder eine schöne Nummer. Also das Album ist echt stark. Ich kann das nicht anders sagen. Klar, es ist nicht mehr dieser bösartige, rotzige, aggressive Stil. Von Alben wie, es ist zu weit oder so. Aber es sind eben die Erwachsenen Onkel, es lebt damit. Und so muss das auch sein. Ich finde das völlig okay. Ich meine, Europe macht auch keinen Final Countdown mehr. Hört euch den letzten Europe-Alben mal an. Das ist auch Erwachsen. So, nächstes Album, nächstes Stück ist Flügel für dich. Da schreibt P, I like, grandioses Lied, cooler, nagelnder Takt und Gitarren in den Fersen. Guter Text, gerne mehr davon. Dann schreibt Kevin, Mut machen, alles scheitert bis es klappt. Wenn das Leben nicht einfach ist, ist es eben scheiße und man kriegt nichts geschenkt. Dennoch muss man den Kopf aus dem Arsch ziehen. Cooler Rocker, dein Inner-Sis wird geheilt. Wir sind die besten Seelenklempner. So, so. Und Gottschuhl schreibt, ich mag das Thema Mut und Kraft spenden in einigen Songs auf dem neuen Album sehr und glaube, dass es den Fans ein bisschen gefehlt hat. Hammer Text mit ganz viel Wahrheit und einer tollen Gesamtposition, äh, Komposition. Ach ja, Ohrwurmhuck. Ja, also, Flügel für dich beginnt mit einem kleinen, so, so einem Gitarrensound, so als Intro kurz und dann geht's rein mit Mid-Tempo-Groove und etwas ungewöhnlicherem Riff, finde ich. In den Strophen dann wird's ein bisschen rockiger mit fetteren Riffs. Und wir haben auch wieder einen Strophenartigen, also mit viel Text versehenen, sehr melodischen Refrain. Der war jetzt nicht so ganz mitreißend, spontan, spontan war jetzt nicht ganz so mitreißend wie die anderen bisher, aber eben völlig okay. Nach dem zweiten Refrain gibt's eine fetzigere Bridge mit entsprechendem Gitarrensolo und im letzten Refrain, da sieht man dann plötzlich schon automatisch teilweise mit so die Passagen, die man sich halt merken kann. Ob man merkt, oh Mensch, ist ja doch eigentlich ganz geil, der Refrain. Und das ist das, was ich meine, je mehr du die Songs hörst, umso mehr setzen sich die Refrain dann auch fest, die du erst vielleicht gar nicht richtig wahrgenommen hast, ja. Da bin ich auch gespannt, wie sich das noch so hier und da so entwickelt wird. Und wie das dann am Ende ist, ja, das wird ja Ende des Jahres im Jahresranking erfahren, auf welchem Platz die Scheibe landen wird, ne. So, dann kommt dann das letzte Stück, Nummer 13, die Erinnerung tanzt in meinem Kopf. Da muss ich jetzt sagen, die erste Aussage zu diesem Song von P, das verstehe ich nicht ganz, weil das habe ich jetzt musikalisch nicht so ganz rausgehört, was er jetzt hier schreibt. Er schreibt Metallica-Style, edel, also Metallica habe ich da nicht rausgehört, ganz ehrlich, ja. Etwas Boston oder ELO, also Electric Light Orchestra, charmanter Text, schöne Liedgitarren am Ende und sowieso schnieker Schlusssong, ja, das stimmt. Electric Light Orchestra in Boston, ja, die Rock-Einflüsse sind da, kann man schon so stehen lassen. Aber das mit Metallica ist mir entgangen, irgendwie, aber gut. Vielleicht meinen ja auch die modernen Metallica, mit denen habe ich ja nichts mehr im Hut, aber gut. Dann schreibt Kevin, ein wunderschönes Lied, in sich gehen, sich feiern lassen und in 40 Jahren Onkels versinken. Meine Stimme mal sanft, ganz anders als gewohnt, war bei meinen Lederstimmbändern gar nicht einfach so zu singen, haha. Wir haben alles erlebt, über das hier geredet wird in diesem Song. Das Ding ist für meine Beerdigung wie geschrieben und geschaffen. Für meine, also die Textzeile jetzt, für meine Brüder und Begleiter, Freunde feiert weiter. Tja, ich bin über den Jahr lang gegangen und winke euch nun von oben zu, haha. Ja, und dann schreibt, ganz nur noch, eines der Highlights in jeglicher Hinsicht und ich glaube, hier werden viele Fans genauso gerührt sein wie wir. Für mich ist das der eigentliche Jubiläumssong. Der Stoff des Lebens, an dem wir uns berauscht haben und der hier mit Gitarren und die Emotionalität von 40 Jahren böse Onkels unterstreicht. Magisch. Ja, der Song war auch sehr gut. Hier haben wir ja noch einen Gast dabei, Michael Maynx, mit X am Ende. Der spielt hier das Akustikgitarrenpicking und hat übrigens auch das ganze Ding hier produziert und an der Produktion zumindest mitgewirkt, laut Booklet. Ja, woher er da kommt, ob was er sonst so macht, da kenne ich jetzt nicht so aus, ist auch nun gleich jetzt. Also das Ganze beginnt mit einem Balladesken anfangen erstmal und Kevin singt dann auch wirklich so sanft er kann, sag ich mal. Er behält aber trotzdem irgendwie seine fiese Note, das kann man einfach nicht, da wird er nicht mehr los. Das ist kaputt. Ja, aber es passt, also es funktioniert. Das ist jetzt nicht so, dass er sich jetzt hier zum Affen macht und das passt nicht oder es wäre schief oder disharmonisch oder absolut nicht. Nein, das passt schon, ja. Das bleibt auch erstmal eine klare Ballade. Auch im hymnischen Refrain bleibt es das, der erneut strofenartig ausfällt, aber eine schöne Melodie hat, finde ich. Mittig werden wir wieder mit einem sauberen Solo verwöhnt und danach kommt zum nächsten Refrain dann auch härtere Gitarren und wuchtigere Drums dazu. Da wird es nochmal rockig, am Ende baut sich das nochmal richtig auf, das Ding, bevor das Album damit endet. So, gut, die Bösen Onkels mit dem Album Böse Onkels, einfach ganz schlicht, ja. Gute Marketingstrategie, finde ich. Ihr habt vorher keine scheiß Videos rausgehauen, wie es jede andere Band im Metal- und Rockbereich derzeit tut. Kommt ein neues Album, kennst du vor, schon die Hälfte, weil es schon drei oder vier Musikvideos dazu gibt. Ja, eins finde ich ja noch gut, ist ein guter Teaser, wenn man irgendwie einen von den Songs, wo man selbst der Meinung ist, ja, dann machen wir jetzt mal ein Video zu, ist jetzt nicht das Halter des Albums, aber wir teasern damit die Fans ein und machen wir zu ein kleines von mir aus ein Lyric-Video und da müsst ihr auch noch nicht mehr irgendwie vor die Kamera stellen. Ist dann ja auch okay, ja. So ein Ersteindruck, ja. Das ist völlig okay, aber einige Bands, die hauen ja schon ihr halbes Album vorher raus, das finde ich ein bisschen übertrieben teilweise. Nein, hier gab es gar nichts vorher, nicht mal Reviews. Fert mich auf der erste, ich weiß es nicht. Gut, Onkels-Fans können zugreifen, das ist mal eine klare Meinung, ja. Richtige, echte Onkels-Fans, die mit der Band gealtert sind, müssen sogar zugreifen. Ich weiß jetzt schon, mein Bruder wird die Scheibe hier auch feiern, er hat ja auch die Memento gefeiert. Die hier ist sogar noch, ich finde sie sogar noch ein bisschen besser als Memento spontan, denn die Memento am ersten Mal hören, also ich musste hier schon zwei, dreimal hören, bevor ich das Review überhaupt gemacht habe, glaube ich, oder habe ich die nur einmal gehört? Ich weiß es gar nicht mehr, jetzt müssen wir jetzt mal ein eigenes Review wieder schauen. Aber diese hier zündet schon auf dem Anhieb an einigen Stellen sehr gut. Ja, gut. So, wobei auch hier, hier ist allerdings kein, wo auch immer wir stehen bei. Obwohl doch, hier, doch, 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 doch. Wie aus der Sage, wie aus der Sage, kann da mitteilen, ja. Ich nehme alles zurück. So, okay, gut. Ja, dann bin ich bei euch fürs Zuschauen, vielleicht gefällt euch das kleine Video, ja, ne, dann freut mich das. Wenn nicht, dann freut mich das auch, dann haben wir eben eine andere Meinung, ist ja auch immer okay. Ich wünsche euch viel Spaß, bei was auch immer ihr als Nächste schaut und sage bis zum nächsten Mal, wie immer, Farewell!